grüßt euch meine freunde ihr habt ihr wieder richtig eingeschalten bei feuerstrom heute möchte ich über meine heilung erzählen von meinem linken knie ich ging mit meiner petra am sonntag letzte woche spazieren zwischen gelaufen das wetter war schön dann habe ich mich nach rechts bewegt so rechts rum gedreht ja und da habe ich gleich einen schmerz gespürt in meinem linken knie stechen ich konnte nicht mehr auftreten nicht mehr laufen es hat wehgetan und er sagte zur petra jetzt wenden wir das an was wir in der jüngerschule gelernt haben was wir auch oft schon benutzt haben und jesus uns geheilt hat jetzt wenden wir das an wir beten kurz in sprachen und dann habe ich gott gelobt und gepriesen und dann habe ich mein knie befohlen dem schmerz schmerz in jesu namen befehle ich dir jetzt zu verschwinden schleif dich in jesu namen amen habe ich gott von meiner heilung gedankt und gelobt und gepriesen habe ich noch ein bisschen schmerz gemerkt und dann habe ich gedacht jetzt will ich mein glauben richtig bezeugen jetzt glaube ich das was ich gebetet habe und bin langsam losgelaufen der schmerz war noch da und dann ist der franz losgejobb an die an der petra vorbei und der schmerz war weg lobpreis und dank sei gott dem herrn in der höhe und das wollte ich mit euch teilen jesus liebt euch und er hat euch geheilt glaubt es und nehmt es an euer franz